Ein bisschen Butter. Boah! Steht ihr super hart. Was? Alles klar, vielen Dank. Okay. Bist verkältet. Ja, ich bin... Ich bin gestern nicht so richtig gut, aber heute Morgen ging es immer nicht schlecht. Das Gebläsen im Meidlein war nicht geil. Da kommt mir halt nicht so gut klar. Man wacht immer mit so einem Hals-und-Nase-Ein und Kopf auf. Ihr habt ja sehr viele Festivals gespielt. Wie schaut das, sieht es fair so aus? Im Sommer? Wo hast du Festivalpläne? Gut, gut. Ja, sind auf jeden Fall welche dabei. Wir gehen aber dieses Jahr vor allem mal in die Länder, in denen wir letztes Jahr nicht waren. Wir sind nach Schweden, nach Finnland, nach Portugal, nach Ungarn, aber auch in Deutschland. Auch in der Schweiz? Auch in der Schweiz. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber halt eher so die Länder, wo wir letztes Jahr nicht waren. Hm.